Die Bezirksmedaille zu bekommen, ist ein Anzeichen von Wertschätzung für ganz bestimmte Bereiche und ist auch eine Möglichkeit, weiter an Inhalten fachlich auch zu arbeiten. Und ich sehe schon auch als Würdigung der gesamten gerontopsychiatrischen Versorgung, die wir verbessern durften. Das ist der Sprit für das Ehrenamt, den man dann braucht. Dann macht das Spaß und dann macht man weiter und dann hört man auch nicht auf damit. Dass ich jetzt auch noch im Nachhinein eine Anerkennung bekomme, das ist schon was Besonderes.